Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier zu den ÖPNV News. Ich bin's, Debi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Ausgabe. Man merkt jetzt so langsam aber sicher, das Sommerloch hat die Simulationswelt erreicht. Es ist nicht wirklich viel passiert in der vergangenen Woche, aber das, was jetzt passiert ist, das wollen wir uns heute in dieser Folge anschauen. Und damit fangen wir auch sofort an. Als erstes natürlich wieder mal der Trainsome World in den News. Und zwar gibt es jetzt endlich den offiziellen Trailer zum neuen Add-on von Trainsome World. Wird es jetzt am 15. August für den PC, der Playstation 4 und der Xbox One erscheinen. Also, bitteschön. Der Hab dann ist brandfrisch und es sieht auf jeden Fall wieder hübsch aus. Das Setting ist jetzt nicht so ganz meins, aber wir werden uns das Ganze dementsprechend mal anschauen. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, am 15. August geht's los. Wir hatten in der letzten Folge vergessen, weil wir ja die ganzen OMSI-DECs ja aufgelistet haben, haben wir natürlich die C2-Stadtbus-Familie vergessen. Und jetzt gibt es wieder neue Bilder von dem Add-on mit den letzten Tests, die jetzt aktuell am Laufen sind für die OMSI 2 C2-Stadtbus-Familie Volume 1. Ist sehr interessant, warum da Volume 1 steht. Ist da vielleicht schon ein zweites geplant? Man weiß es nicht. Die Bilder sehen auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Es könnte sich hierbei um ein richtig schönes Modell handeln. Wir werden uns das Ganze natürlich anschauen. Release ist natürlich noch dieses Jahr auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden uns das Ganze anschauen, wann es genau kommt. Ist allerdings noch, steht noch nicht fest. Wie gesagt, die letzten Tests, die sind jetzt wohl jetzt gerade im Gang. Und da wird jetzt nochmal vielleicht die letzten Fehler eventuell ausgebessert. Wir werden uns das Ganze natürlich anschauen. Wir werden euch dementsprechend halt auch auf dem Laufenden halten. Aber es ist halt, es kommen immer mehr DECs noch oder Add-ons für OMSI 2 in diesem Jahr raus. Weil wir hatten nämlich auch das letzte Mal Bad Hügelsdorf 2020 vergessen. Wir werden ja eventuell auch noch dieses Jahr erscheinen. Also ihr seht, wer OMSI-Fan-Liebhaber ist, der hat dieses Jahr noch ordentlich zu tun in OMSI. Und weil wir schon mal dabei sind, können wir auch damit gleich weitermachen. Die ersten Bilder sind aufgetaucht aus der C2-Stadtbus-Familie. Verges, ja, so ein bisschen zum Vergleich animieren sollen. Ihr seht ja zum Beispiel in dem Video, dass sich hier auf der linken Seite das Add-on befindet, auf der rechten Seite das Original. Und das alles, was eingegreist ist, sind fehlende Sachen. Und das ist eine ganz schöne Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein Pay-Way-Add-on, das ist nicht kostenlos. Es ist natürlich aber auch noch so, dass das Ganze ja noch nicht wirklich Final ist, welches jetzt ja auf den Bildern jetzt zu sehen ist. Von dem OMSI 2 Add-on C2-Stadtbus. Da kann natürlich jetzt noch einiges passieren, jetzt im Nachgang natürlich. Man kann natürlich ja dementsprechend auch noch alles noch nachfixen. Aber das sind auf jeden Fall zumindest schon mal die ersten Stellen, die jetzt auf jeden Fall mal mir zugespielt worden sind, wo noch so ein bisschen der Haken klemmt. Auch soll irgendwie die Anzeige, die Matrix, die soll auch nicht ganz realistisch dargestellt sein. Ich werde auf jeden Fall da mal ein genaueres Auge drauf werfen, sobald das Add-on erschienen ist. Vielleicht, wie gesagt, hat sich ja der Entwickler, sind die Bilder vielleicht nicht ganz so top aktuell und hat jetzt natürlich dementsprechend noch nachgebessert. Aber wie seht ihr das Ganze denn? Würdet ihr jetzt für das Add-on, was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig 1 zu 1 umgesetzt ist, würdet ihr dafür jetzt Geld ausgeben oder würdet ihr sagen, nee, also so nicht, so geht gar nicht? Dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, das würde mich mal brennend interessieren, weil die Diskussion ja auch mit Strecken ja halt wirklich immer up-to-date ist. Ja, müssen Strecken wirklich 1 zu 1 wirklich umgebaut werden, damit es eine reale Strecke ist? Oder kann man sich vielleicht so bei den, bei der Umgebungstexturen vielleicht so ein bisschen doch Freiheit lassen? Schreibt das doch mal in die Kommentare, vielleicht können wir hier so eine kleine Diskussion hier anfeuern, würde mich mal interessieren. Aber so ist aktuell der Stand der Dinge, so wie das gerade mit dem C2 Stadtbus Add-on aussieht. Also da ist noch einiges, wo noch Schwachstellen sind, das könnte noch gefixt werden. Lassen wir uns überraschen, wenn das Add-on denn erhältlich ist. Dann, der Steve hat das ein neues Workshop-Objekt jetzt zur Verfügung gestellt und zwar handelt er sich hierbei für den Lotus-Simulator, die Tantra T4D B4D Leipzig Beta VIP, also VIP, also Work in Progress. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, für den Steam, also für Lotus erhältlich im Steam Workshop. Ihr könnt euch das Ganze jetzt einfach runterladen und könnt jetzt schon den ersten Eindruck euch jetzt holen. Und damit findet jetzt die dritte richtige Straßenbahn jetzt in den Lotus-Simulator. Neben natürlich den KT4D und der fiktiven OZMT ist jetzt, wie gesagt, ein richtig neues Modell, ein realistisches Modell. Die Straßenbahn jetzt wieder für den Lotus erschienen und das geht jetzt wahrscheinlich in Zukunft jetzt immer weiter und immer weiter. Wir freuen uns drauf. Wir haben uns natürlich da dementsprechend auch schon ein bisschen ausgetubt mit dem T4D. Wir haben natürlich ja schon vorab eine Version bekommen. Da nochmal herzlichen Dank an den Steve dafür. Wenn ihr natürlich Probleme mit dem Aufrüsten habt, schaut euch das Video an, welches im Steam Workshop erhältlich ist. Also da könnt ihr direkt euch das Video angucken, da ist der Aufrüstvorgang. Oder aber ihr schaut bei uns hier in der Playlist bei Lotus mal vorbei. Auch wir haben natürlich den Aufrüstvorgang vom T4D vorgestellt und gezeigt. So dementsprechend könnt ihr das Ganze denn natürlich nachmachen. Und es gibt mal wieder Neues von Forsthausen. Ja, wer sich noch daran erinnern kann, hatte ich noch vor einigen Ausgaben mal erwähnt, dass das Projekt Straßenbahn Forsthausen ja erstmal pausisiert worden ist. Da nämlich von unserem lieben Joe der PC nicht mehr wollte. Der ist in Rauch aufgegangen, auf gut Deutsch. Bei den Temperaturen natürlich auch kein Wunder. Ja, jetzt ist er aber wieder voll da. Das ist das erste Bild, welches jetzt wieder präsentiert worden ist. Und ihr seht natürlich, es ist Richtung Hürtelstraße, geht es da wieder lang. Und so sieht also der neue Umbau aus, den wir jetzt hier erwarten dürfen. Also in naher Zukunft könnte uns wohl schon das nächste Update für Straßenbahn Forsthausen modded by Joe schon wieder im Steam Workshop erhältlich sein. Denn wir halten euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden, wie das Ganze natürlich aussieht und wie es ausschaut. Und ich selbst bin natürlich mega, mega froh, dass das Ganze jetzt so weitergeht, wenn es ist immer noch mein Baby. Also von daher schaut euch das Ganze mal an. Ihr könnt natürlich euch die frühere Version dementsprechend halt schon runterladen. Das letzte Mal wurde aktualisiert am 31. Mai. Könnt ihr euch dementsprechend halt die neueste Version von Straßenbahn Forsthausen dementsprechend schon anschauen. Und zu guter Letzt. Tja, OMSI Projekt Gladbeck hat ein neues Bild veröffentlicht tatsächlich. Und hier sehen wir Mini DLC Nummer 2. Wir haben uns ja das erste angeschaut und müssen ja sagen, dass das ganz okay war. Jetzt kommt wohl eine weitere Strecke, eine weitere Linie dazu für Wuppertal. Wird jetzt aber nicht mit Wuppertal, also ihr braucht nicht Wuppertal, um das Mini DLC Nummer 2 spielen zu können. Es geht wohl, wie wir hier auf dem Bild sehen können, Hagen, nee, Hahnost, Wohwinkel und Solingen. Also das ist eine Autobahnabfahrt hier scheinbar, wo wir halt schon ein bisschen was sehen von. Wie seht ihr denn diese ganze Thematik? Ich meine, Wuppertal ist nicht Pflicht. Auch Mini DLC 1 ist nicht Pflicht und Mini DLC 2 hat, wie gesagt, mit Mini DLC 1 und Wuppertal natürlich nichts zu tun. Allerdings spielt es wohl wieder in Wuppertal. Wie seht ihr das Ganze? Hätte man sowas zum Beispiel nicht als Update für Wuppertal machen können? Denn wenn man das Ganze jetzt mal zusammenrechnet, kostet ja Wuppertal an sich das Eldon 20, 25 Euro. Mini DLC Nummer 1 hat auch schon 5 Euro gekostet. Und wir gehen natürlich davon stark aus, dass Mini DLC Nummer 2 auch so um die 5 Euro kosten wird. Sind wir hier schon wieder bei einer Summe von 35 Euro. Also ich weiß nicht, wie seht ihr denn diese ganze Thematik mit dem Projekt Gladbeck und das Ding mit den Mini DLCs? Ich an sich finde sowas tatsächlich nicht verkehrt. Es ist halt wirklich nur eine Linie, die natürlich aber auch schön hübsch ausmodelliert ist und alles sowas. Aber ich weiß, dass so der ein oder andere Gegner davon dabei ist. Wie gesagt, hier ist auf jeden Fall, würde mich halt brennend interessieren, wie seht ihr diese Thematik? Hätte man das nicht einfach kostenlos in Wuppertal mit integrieren können? Oder sagt ihr zum Beispiel, Arbeit muss belohnt werden und dementsprechend vollkommen in Ordnung, dass man dafür nochmal 5 Euro verlangen kann? Schreibt das gerne in die Kommentare. Das würde mich mal brennend interessieren, wie ihr das Ganze so seht. Und das war es leider auch schon mit den News. Ich sagte ja, Sommerloch lässt grüßen auf jeden Fall. Wir nähern uns aber langsam mal sicher so der Gamescom. Von daher gehe ich mal davon aus, stark davon aus, dass jetzt viele Entwickler sich jetzt doch relativ weit zurückhalten. Und natürlich die Bombe auf der Gamescom platzen zu lassen. Dementsprechend wird jetzt wahrscheinlich so die nächsten News, könnte es passieren, dass es doch schon relativ ruhig wird hier in der Simulationswelt. Lassen wir uns am besten überraschen. Man weiß es nicht. Es ist ja jedes Jahr immer doch irgendwie anders. Wenn euch die News trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Da an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz tolles Dankeschön für das Liken der letzten Folge. Das war umwerfend. Das Video ist bei mir auf dem Kanal, auf die Top 1, was die Bewertung angeht. Und auch vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare unter diesen Videos. Es ist unglaublich. Es macht mir denn halt so unendlich viel Spaß, diese News für euch hier aufzunehmen. Mich hier im Internet hier durchzusuchen, um natürlich die besten News hier rauszufiltern. Vielen, vielen herzlichen Dank an der Stelle nochmal von mir. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal mit ein. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, dann lasst ein Like da. Abonniert hier den Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Part hier wieder, wenn es weitergeht mit den nächsten News. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss!